Hello! Silvester 2018 im Klacktheater! Und noch eine Butterwelle! Guten Rutsch! Guten Rutsch! Wiener Verstel von Pozoin! Schnell, holen und Mueller! Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, so. Was du erreichst war, sei mein Leben, lieb' mein Herz, wenn du das Volk von den Sternen suchst, musst du hart von zu Hause und nur hau' dich bestellen, allein hinaus in die Welt. Oh, Gott, 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 Gott! Ja, also in diesem Jahr viel, viel, jetzt haben alle es da so gesehen. Seit Oktober gibt es die Ehe für alle. Ja, ich find's toll. Ich find's auch toll, ja! Wir fahren endlich auf die Schwule des Rechts, uns mit ner bösen Schwiegermunde rumzuhalten. Ja, die CDU, die hat ja lange rumgezickt. Aber dann hat Angela Merkel plötzlich den Weg freigemacht. Ja, das stimmt, das stimmt. Und da haben ja auch wirklich alle, alle schwulen Organisationen, haben die Angela Merkel dafür gelungen. Wirklich. Ja, bis auf eine, ja. Der Vatikan war dagegen. Ja, die sei das verstanden, ich lebe heute. Wie hat der Vatikan gesagt, wenn jetzt jeder jeden heiraten darf, das wäre die Auflösung der gesellschaftlichen Ordnung. Ja? Ehe ist immer noch Mutter, Vater, Kind. Ach, und wenn die Ehe kinderlos bleibt? Also die Merkel hat ja auch keine Kinder. Das ist egal, die adoptiert einfach eins von den sieben Kindern von ner Flinten überschiebt. Das ist voll großartig von ner Lein, ne? Ich bin dann ganz fünf wieder. Ja. 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 Musik Und dann hat das Verfassungsgericht ja auch noch entschieden, dass es ab diesem Jahr noch ein drittes Geschlecht geben darf. Die meisten hier im Saal denken sich doch wohl, ich komm mit einschuldig klar. Also da gibt es dann Mann, Frau und... Ja, und dann solche, solche, die im falschen Körper stellen. Ja, ich denke auch im falschen Körper, ja. Ja, ich bin ja... Schleiber. Hör, ich bin ja eigentlich, eigentlich bin ich ein ganz liebenswerter, höflicher, zuvorkommender, reizender Mensch. Ja, und gefangen in einem Körper von jemandem, der so böse und freche Sachen macht und böse Sachen macht. Ja, und gefangen in einem Körper. 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 Ja, eben interessierst du in deinen Körper. I will always love you I will always love you I will always love you You Don't I love you I will always love you You I will always love 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 you